Hallo liebe Helga. Hallo Lili. Jetzt warst du ja letzte Woche zum ersten Mal zur Vagus-Behandlung. Und du hast mir vorhin so ein schönes Feedback gegeben. Das wollen wir doch jetzt mal unseren Zusehern mitteilen, was die Vagus-Therapie bewirken kann. Das ist ein Nervensystem-Reset. Und nun erzähl doch mal. Ich werde das nachher noch verlinken, dann könnt ihr das nachlesen. Aber jetzt meldet doch mal bitte zurück. Wie war es denn nach der Behandlung? Ich habe zwei Tage gehabt, die waren einfach nur so, als wäre ich ganz gesund. Und wenn ich nichts hatte, keine Rückenschmerzen, keine Kurzatmigkeit, ich war einfach wieder fit. Ich war also selber wach, weil normalerweise morgen schon, wenn ich mein Gesicht wasche, fing es mit meinem Rücken an und ich hatte danach kurzatmiert. War alles wie weggeblasen. Und ja, es war einfach toll. Jetzt, heute, ist es dringend notwendig, dass ich wiederhole. Also langsam wurde es dann schon etwas wieder wohlgelegt. Jetzt ist wieder in den Urzustand zurückgekommen. Noch nicht ganz, aber fast. Aber fast. Also es ist sogar noch ein bisschen geblieben. Ja. Und wir haben das erste Mal letzte Woche den Vagus-Reset gemacht. War einfach traumhaft. Das erste Mal. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich bin begeistert. Meine ganzen Bekanntschaften, muss ich das weiter erzählen. Dankeschön, Helga. Jetzt bin ich echt platt. Dankeschön. 〜. Dankeschön. Cheerio. Untertitelung des ZDF, 2020